Falls du schon mal immer nach der Büchse des passiven Einkommens gesucht hast, dann hör auf weiter zu suchen, weil ich habe vielleicht genau das heute in diesem Video für dich gefunden. In dem Video möchte ich dir eine extrem krasse Möglichkeit vorstellen, wie du wirklich viral gehen kannst mit einem Affiliate-Angebot. Und keine Sorge, auch wenn du dir jetzt denkst, Affiliate-Marketing kenne ich schon, ich habe schon so viele Videos gesehen. Glaub mir, die Methode, die ich dir heute vorstellen werde, würde ich komplett vom Hocker hauen. Das garantiere ich dir. Ja, bevor wir anfangen, smash den Abo-Button und smash den Like-Button. Aber ich gebe dir auf jeden Fall die Chance, schau dir das Video bis zum Ende an. Erst wenn dir das Video wirklich gefallen hat, smash den Like und den Abo-Button. Aber ich bin mir zu 100% sicher, du wirst nachher genauso geflasht sein, wie ich, als ich das das erste Mal getestet habe. So, ich würde sagen, wir legen direkt los. Und zuallererst, was wir machen müssen, was ich euch empfehlen würde, wäre auf cpa-grip.com zu gehen. Einfach aus dem Grund, weil wir dort cpa-Marketing machen können. Das heißt, der Kunde muss nachher nicht mal was kaufen, sondern er muss sich einfach nur irgendwo registrieren oder seine E-Mail-Adresse eintragen. Und wir bekommen für jede E-Mail-Adresse Geld ausbezahlt. Extrem coole Sache und das Beste an der Geschichte ist, wir können komplett kostenlos starten und das innerhalb von wenigen Minuten. Nachdem wir uns angemeldet haben, landen wir hier im Dashboard und ihr seht hier zum Beispiel schon manche Leute, die extrem viel Geld mit cpa-grip verdient haben. Wie zum Beispiel hier jemand, 3000 Dollar, über 7000 Dollar, 500 Dollar und so weiter und so fort. Hier sind wirklich einige Leute dabei, 400 Dollar, 10.000 Dollar, 349 Dollar. Ihr seht, die Seite ist absolut crazy. Ich habe in den letzten Tagen auch ein bisschen was verdient, leider keine 10.000, aber ihr seht, das ganze Ding kann funktionieren. Und das Beste ist, das Ganze hat mich weniger als 10 Minuten Arbeit gekostet. Bleib auf jeden Fall dran, weil ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie das Ganze funktioniert und wie du das 100%ig nachmachen kannst, um auch schon deine ersten Einnahmen, vielleicht schon heute, damit zu generieren. Was wir als nächstes machen müssen, ist hier unter Offertools auf MyOffers zu gehen. Das Coole ist, wir können hier verschiedene Länder auswählen, wie zum Beispiel Deutschland, USA und so weiter und so fort. Ich würde euch empfehlen, nehmt einfach United States, weil wir einfach da viel mehr Leute erreichen können, als zum Beispiel nur hier in Deutschland. Wichtig ist auch, ich würde einfach immer schauen nach zum Beispiel E-Mail-Sip-Submit. Das heißt einfach, dass für jede E-Mail-Adresse, wo jemand einträgt, bekommen wir im Prinzip Geld ausbezahlt. Und wir sehen hier schon zum Beispiel das Angebot, wo ganz gut ist, wir kriegen 2,05 Dollar für jede E-Mail, wo jemand einträgt. Plus, die Leute können im Prinzip für eine Gift-Card, eine Paypal-Gift-Card sich eintragen und können im Prinzip 750 Dollar Paypal-Gift-Card gewinnen. Ist schon mal eine mega gute Sache, weil dadurch tragen sich extrem viele Leute später auch bei uns ein, weil sie sich denken, hä, 750 Dollar Gift-Card, habe ich Bock drauf, kann ich mir fetten Chicken-Bucket holen, wo ich mir abends dann reinpfeife, vor der Netflix-Serie oder keine Ahnung was, oder shoppen gehen mit der Alten, wer weiß, was man mit dem Geld alles anstellen kann. So, was man hier auf jeden Fall beachten sollte, wäre zu schauen, dass es nicht für Mobile geeignet ist, sondern für Desktop. Bei Desktop ist nämlich das Ding, dass es sowohl für Mobilgeräte als auch für Desktop funktioniert. Fragt mich nicht, warum die das in der Client geschrieben haben, dass es einfach für alle funktioniert, ist auf jeden Fall so. Nachdem wir jetzt hier draufgeklickt haben, würde ich euch empfehlen, geht hier unter Tracking Domain, nehmt nicht die erste, sondern irgendeine, wo hier unten ist, könnt euch irgendeine beliebige aussuchen und könnt hier im Prinzip den Link kopieren. Das ist der erste wichtige Schritt, den wir machen müssen und ich zeige euch jetzt einen coolen anderen Schritt, den wir machen können, um einfach das Ganze nochmal ein bisschen seriöser aussehen zu lassen. Der nächste Schritt, den wir machen müssen, ist auf eine Seite namens bio.link zu gehen. Ihr könnt euch komplett kostenlos anmelden, keine Sorgen, es kostet euch keinen Cent. Und nachdem ihr euch angemeldet habt, landet ihr hier im Prinzip in eurem Dashboard. Ich habe mir hier einfach ein Profil zurückgenommen, wo ich einfach ein bisschen Giveaway auf Google-Codes eingegeben habe und dann hier im Prinzip das Bild einfach nehmen konnte. Und was wir hier jetzt im Prinzip machen können, ihr seht schon links, wir können hier einen Link hinzufügen. Hier nehmen wir jetzt zum Beispiel als erstes mal die URL, wo wir uns gerade kopiert haben von CPA Grip und als Titel würde ich euch empfehlen, nehmt einfach das, was hier oben drin ist. Wir nehmen den Titel hier, kopieren uns den, fügen den hier ein. So. Und gehen auf Save. Und ihr seht schon, dass es sich hier in der Seite jetzt gleich aktualisieren wird. Zack. Act Now for 750 Paypal Gift Card. Wenn jemand später auf unserer Seite landet und hier drauf klickt, kann er sich im Prinzip für die 750 Dollar Gift Card anmelden. Was ihr hier natürlich noch machen könnt auf der Seite, ihr könnt natürlich noch andere Angebote raussuchen, wie zum Beispiel hier 500 Dollar Evo Gift Card, Gas Gift Card und so weiter und so fort. Die könnt ihr alle hier unter Add Links einfügen. Ihr könnt bis zu 5 Links auf die Seite packen. Also ihr könnt im Prinzip mit einem User, der auf eurer Seite landet, bis zu 10 Dollar oder noch mehr verdienen. Allein nur durch diese Methode. Und glaubt mir, es wird noch viel leichter, wenn ihr nachher seht, wie schnell ihr zigtausend Leute erreichen könnt, weil es einfach ein riesen Schneeballsystem oder einen riesen Schneeball-Effekt besser gesagt gibt. Nicht Schneeball-System. So. Was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist erstmal ein gutes Bild uns dafür zu suchen. Ja. Da würde ich euch empfehlen, auf die Seite canva.com zu gehen. Und auf Canva können wir dann zum Beispiel einfach mal nach einem Design suchen, wie zum Beispiel Giveaway. Und da können wir uns jetzt einfach irgendeines aussuchen, wo wir sagen, okay, das sieht ganz fetzig aus, wo wir dann einfach noch bearbeiten können. Ja. Wir können jetzt zum Beispiel einfach eins nehmen, wie das hier. Passt. Können wir einfach mal nehmen und noch weiter bearbeiten. Das ist das coole an Canva. Wir können sehr, sehr schnell im Prinzip uns einfach so ein Bild erstellen. Was wir jetzt hier machen können, ist, wir nehmen hier erstmal ein Element und geben hier zum Beispiel nochmal Giveaway ein. Und wir sehen hier zum Beispiel schon coole Giveaway-Dinger. Was ich hier aber vielleicht eher machen würde, wäre vielleicht eine Geschenkbox. Kommt vielleicht noch cooler. So was wie das hier. Dann machen wir das Ganze einfach mal so. Schreiben hier zum Beispiel einfach Giveaway rein. Giveaway, das können wir noch ein bisschen kleiner machen, dass es auch in einem geschrieben ist. So. Dann können wir hier die Farbe anpassen. In dem Fall zum Beispiel einfach weiß. Oder vielleicht doch eher schwarz. Dass es Leute auch lesen können. So. Das können wir jetzt zum Beispiel nehmen. Machen sie einfach hier nach unten. Die Streifen können wir vielleicht einfach rausnehmen. So. Und können hier vielleicht noch eine andere Hintergrundfarbe benutzen. Wie zum Beispiel weiß. Ups. Oder können sie eigentlich auch einfach so lassen, wenn es im Prinzip passt. Wie gesagt, ihr könnt hier auf Canva extrem viel verändern. Ihr müsst jetzt eigentlich nicht unbedingt den Hintergrund in dem Fall ändern. Wie gesagt, das wird so eigentlich passen. So. Dann nehmen wir das Ganze einfach im Prinzip so. Und schreiben hier vielleicht einfach noch rein. Und dann haben wir das Ganze im Prinzip noch ein bisschen größer. So. Wunderbar. Sieht schon mal ganz fresh aus. Was wir dann hier machen können, ist einfach auf Teilen zu gehen. Dann auf Download und das Ganze als PNG einfach runterzuladen. Und dann haben wir es auf unserem PC. Was ich euch jetzt empfehlen würde, als nächstes, erst mal so einen Post zu verfassen. Und zwar erstens, tag one friend in the comments. Zweitens, share das Post. Und drittens, hier im Prinzip euren Affiliate-Link einzufügen. Plus unten drunter euer Bild. Das ganze Ding nehmt ihr und postet später auf eurem Facebook-Account. Ihr könnt dafür einfach einen nagelneuen Facebook-Account erstellen. Und müsst nicht euren jetzigen nehmen, dass sich irgendwie eure Freunde denken, hä? Warum macht der Martin jetzt hier irgendwie Giveaway-Dinger für Paypal? Was geht denn jetzt ab? Muss ich den gleich mal anrufen. Sondern nehmt einfach irgendeinen Account, wo ihr ihn noch nicht benutzt habt. Oder am besten gerade erstellt habt einfach auf Facebook. Geht ja schnell. Und dann postet das ganze Ding. Und bevor ihr euch jetzt denkt, ja Lukas, was bringt das Ganze jetzt, wenn ich einen neuen Account unterstelle? Und ich auf dem Account noch gar keine Freunde habe oder keine Ahnung was. Vielleicht habe ich auch gar keine Freunde im echten Leben. Was soll ich dann machen? Keine Sorge, selbst für den Fall habe ich eine Lösung für euch. Was ihr im Prinzip machen könnt, nachdem ihr die ganzen Facebook-Posts hochgeladen habt, ist auf eine extrem krasse und geheime Seite zu gehen, die echt noch nicht viele Leute kennen. Deswegen haltet das Ganze auch geheim, weil ohne Witz, sonst macht die virale Methode jeder wahrscheinlich nach. Und dann habt ihr viel zu viel Konkurrenz. Was ihr machen könnt, ist auf eine Seite namens pycoworkers.com zu gehen. Was ihr hier im Prinzip durchführen könnt, sind einfach Leute anzuheuern, die für extrem wenig Geld euren Facebook-Post nachher teilen, da kommentieren. Und das im Prinzip mit ihrem eigenen Netzwerk, ihren ganzen Facebook-Freunden und so weiter und so fort im Prinzip teilen. Die werden da unten jemanden markieren. Die schicken das vielleicht an jemanden. Und ihr könnt es teilweise für 3, 4, 5, 6 Cent oder so, vielleicht auch mal 10 Cent, jemanden anheuern, der euren Post teilt. Und je mehr Leute das teilen, desto mehr andere Leute sehen das Ganze und posten dann andere Leute drunter. Und das Ding gibt im Prinzip eine riesen Kettenreaktion und ihr kriegt einen Haufen Traffic auf euren Facebook-Post. Und ihr seht hier schon, wenn wir uns auf die Seite anmelden und da dran kommen, sehen wir hier zum Beispiel jemanden, der einfach Sign-up plus Auto-K, YC, zum Beispiel für einen Dollar 10. Aber wie ihr auch hier sehen könnt, es gibt auch Leute, die viel, viel weniger verlangen, wie zum Beispiel der hier für gerade mal 20 Cent, 6 Cent, 8 Cent, 25 Cent, 10 Cent. Also es sind wirklich oft sehr, sehr niedrige Preise dabei. Sucht euch einfach am besten jemanden raus, der einfach nur, wie hier, 6 Cent oder 8 Cent verlangt für das Ganze. Schreibt dem eine Nachricht und sagt, hey, post bitte einfach meinen Post mit dem gleichen Ding auf deiner Seite. Plus markiere ein paar Leute unter meinem Ding. Plus teilt es einfach mit deinen ganzen Freunden und ich gebe dir dafür Summe X. Die Leute machen das, das dauert nicht lang für die. Plus ihr kriegt einen Haufen Traffic und das Ding wird garantiert viral gehen bei euch. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr dazu meint. Probiert die ganze Sache aus. Schaut euch das Video gerne nochmal von vorne an, falls das zu viele Schritte hintereinander für euch waren. Und testet das Ganze einfach und schreibt mir, wie das Ganze bei euch funktioniert hat. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und falls du wissen willst, wie ich nicht nur Traffic auf meine Affiliate und eigene Angebote lenke, sondern sogar noch durch die Plattform, auf der ich das Ganze betreibe, bezahlt werde, dann schau gerne unten in der Videobeschreibung vorbei, weil da habe ich dir auch eine Sache verlinkt. Plus ich habe dir auch noch sogar was gegeben, wo du 5 Dollar oder 5 Euro Geschenk kriegst, plus passiv Geld verdienen kannst, ohne irgendwas machen zu müssen. Falls dir das Ganze gefallen hat, smash den Like-Button und abonniere den Kanal, falls dich das vom Hock-Account hat, so wie ich es versprochen habe. Und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.